Hey und willkommen zurück zu einer neuen Folge Horizon Forbidden West und ja in der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben und ich würde sagen wir machen jetzt erstmal hier wieder weiter ok warte wir müssen hier irgendwie nach oben kommen und warte was ist das hier ok kann ich jetzt hier wirklich was machen warte aber wie komme ich hier bitte nach oben ok dort ist dann eine Leiter und da kommen dann weiter nach oben achso warte hier achso jetzt hier unten und dann ab nach oben aber sag doch mal Sona fand es okay dass du nicht in das Heilige Land zurückgegangen bist als Kriegsherrin der Nora verstand sie nicht unbedingt folgen musste aber als meine Mutter war sie nicht begeistert ist sie denn je begeistert ich hab sie noch nie lächeln gesehen ich auch nicht okay dann hin nach oben und okay hinzu okay hinzu und 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 Drei von den Dingen? Und wenn sie die ganzen Oseram getötet haben, kommen wir niemals bis ins Rechenzentrum. Wir können nicht vorbeischleichen. Und sie nicht frontal angreifen. Wenn wir eine Siedlung suchen und Jäger um Hilfe bitten. Das dauert Wochen. So viel Zeit haben wir nicht. Vielleicht reicht es, wenn das Shuttle runterfällt. Das Ding? Wie? Ich finde es raus. Warte hier. Hey, Leute. Glaub mir. Und weg ist sie. Okay, dann runter hier. Okay. Okay, wir müssen dort nach hinten zu diesem Shuttle, da. Okay, warte mal, sind wir hier? Ach, shit. Okay, warte erst mal. Hier schnell rein. Der geht jetzt dort nach hinten. Dann gehe ich schnell hier weiter. Okay, da ist noch einer. Warte mal, wie geht der bitte? Hast du hier mal im Kreis? Okay. Und da ist dann noch einer. Der geht. Okay, so nach hinten. Warte mal, wenn der jetzt hier nach hinten geht und der dort nach hinten, dann komme ich hier links vorbei, oder? Da geht es hier zurück. Okay, da geht es da nach hinten. Dann schnell jegt der Hund rein. Das war blöd von mir. Ach, shit. Kann ich hier halt nicht rennen sollen. Oh, shit. Ich brauchte mal wieder gar nichts. Okay, irgendwie Schlagstelle getroffen. Oh, ausweichen. Aber was? Ich bin nicht tot. Okay, den haben wir schon mal. Alter, was? Ich bin rausgewichen. Okay. Ach, shit. Ich habe eine Schwachstelle getroffen. Eine Munition in der Scheiße. Ich werde jetzt mal Pfeile herstellen. Der ist zerstört. Warte mal, war das jetzt der letzte hier? Was? Wir haben, glaube ich, schon alle. Okay, dann erstmal alles mitnehmen. Dann hier hin. Rohstoffbehälter. Dann looten wir die noch erstmal. Na, Rohstoffbehälter. Na, warte mal, hier ist noch was. Okay, ich halte mich erstmal nochmal. Aber hier hinten ist nichts mehr, oder? Also ich habe zumindest nichts gefunden. Okay, dann ist das mal hier oben. Dann kann man Pfeile herstellen. Und dann hier nach oben. Was? Also dort hin. Ich glaube ich kann sie erreichen, wenn ich vom Greifpunkt aus... Also ich bin so, wie die das hier. Und jetzt... Warte mal, komm ich Warte, wo muss ich jetzt hin, bitte? Ich muss ja, oder kann ich einfach weiter nach oben? Aber, na, das geht nicht Boah, shit, bin ich wieder ganz runtergefallen Okay, aber warte mal, was von dort ist Das ist doch irgendwie nicht irgendein Punkt, wo ich dann hinspringen kann, oder so Komm hier rauf wieder Achso, warte, nach oben, oder? Warte mal, da ist wieder so ein Teil, wo ich draufklettern könnte Warte, ich muss runter, oder was? Achso, warte mal Ah, okay Das hab ich gar nicht gesehen Nein, nein, boah Okay, dann hier zur Leiter Dann hier Ja, oben klettern Das klingt ja gut Okay, jetzt Der Sturm wird stärker Warte mal, dort hinten Ah, shit, hab ich was vergessen Musst du mal runter Die Kiste hab ich leider gar nicht gesehen Oh, achso, boah, shit Achso, warte mal Achso, okay Na, geil Hier rüber, dann wieder hin nach oben Und da haben wir so einen Punkt, oder? Komm hier schon mal rüber Dann nach oben Achso, geschafft Die ganze Zeit haben also drei riesige Maschinen Osseram getötet Und überall Säure vergossen Na toll Vorsicht Alter, boah, shit, ist das hoch So, hier rüber Jetzt ganz langsam hier nach vorne Dann hier rüber Und wir haben sie Da kann ich nicht rüberspringen Aber hier ist ein Kabel Vielleicht komm ich da mit rüber Alter Hier geht's wohl nur nach oben Der Ort fällt fast auseinander Oh, shit, alter So, wir sind da oben Sind die wieder Maschinen, oder so? Warte mal hier Ne, warte mal Hast du da hinten? Okay, suchen nach der Shuttle Klammersteuerung Ach, super Noch mehr Maschinen Ach, shit, da hinten Dann docke ich mich lieber erstmal So, hier rein Alles mitnehmen Okay, könnte ich nicht einfach Nach hinten rennen Oh, das ist mir drungen Dass sie mich sehen Also, wo sind jetzt überhaupt Okay, da sind welche Da ist eine Kiste da hinten Oh, nein, 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 nein Schnell wieder zurück Okay, hab mich noch nicht gesehen Aber der sucht mich jetzt dann wahrscheinlich Nein, 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 nein Ach, jetzt kommt hier einer her Nein, der sieht mich Gibt das da hinten schon wieder Abrechancen Aber das kann ich wieder Gegen alle kämpfen, oder? Alter Alter, ich verkack's doch immerhin Wie das mit dem Schleichen Geiles mitbeben Dann haben wir Den haben wir auch Da ist noch einer Oh, Schild Okay, Pfeile herstellen Und das sind alle, oder? Okay, passt Ist eigentlich gar nicht so schlecht Alle zu töten Weil dann Bekommen wir wenigstens ein paar Sachen Also lohnt sich irgendwie schon Aber naja, das Durchschleichen Wäre eigentlich auch ganz geil Rohstoffbehälter Hier ist noch was Dann ist hier noch was zum Mitnehmen Ich glaube, sonst haben wir alles, oder? Ne, warte mal hier Das ist noch ein paar Mal Holz Die Steuerkonsole könnte dort drin sein Okay, dann erstmal hier rein Zeit, die Maschinen da unten zu zerlegen Das Shuttle hängt in den Ich muss auf den Turm klettern Um sie irgendwie zu lösen Okay, dann hier irgendwie nach oben, oder so? Ein Scan mit meinem Fokus könnte helfen Ne, warte mal Oh, ja, ich muss hier nach oben, oder? Warte mal Na, hier müssen wir nach oben klettern Aber wie kann ich hier bitte nach oben? War hier irgendwo? Hat man aufzug? Achso, kann ich den benutzen? Warte mal Ah, okay Warte, wie ist das nochmal so? Und dann, ein Schlimm Dreieck Ich muss zum Shuttle klettern, um die Kabel zu lösen Okay, was kann ich denn jetzt? Wie kann ich jetzt viel wieder in Rom? Okay, warte mal Aber Ja, ich muss dort hin, aber Jetzt kommen wir hier rund Ja, dann bin ich ja wieder unten, aber Wie komme ich hier wieder nach oben? Achso, warte mal Ich kann hier hinspringen Oder? Ja Na doch nicht Jetzt schnell irgendwie mit Anlauf Ah, es geht doch Da kann ich in der Vorratskiste alles mitnehmen Dann, hier nach oben Okay, das Quietschen klingt echt gut Ich muss die Kabel schnell trennen Erstmal hier alles mitnehmen Sonst ist eh nix mehr Dann schnell hier rüber Gut, hier sind wir schon mal Eins weniger Noch ganz fehlt noch, oder? Und die nächsten Kabel lösen Dann klettert man einen alten, wackeligen Turm hoch Und unten warten Killermaschinen Vielleicht hätte Wahlrecht Aber es gibt kein Zurück mehr Ja, warte mal Kann ich Hä, warte, war da irgendwas? Oder Achso, wahrscheinlich nur zum Fallen lassen So Kiste durchsuchen Alles mitnehmen Dann hier rüber Und da ist auch das letzte Geschafft Da ist die andere Verbindung Um... Schasen! Ach, shit. Danke, warte mal, ich brauche mal die Schwachstellen. Wo ist der Schwachpunkt? Hat hier wirklich Schwachpunkte? Warte mal. Aber irgendwie, okay, dort, glaube ich. Was soll ich denn mit aggressiven? Warte mal, vielleicht einführen. Aber daneben, oh shit. Warte mal, der hat wirklich keine wichtigen Schwachpunkte, oder? Oder wenn dann immer nur so kleine, die man nicht wirklich gut treffen kann. Warte mal, der hat wirklich keine wichtigen Schwachpunkte, oder? Okay, ein bisschen, das haben wir schon. Die Mention der Scheiße. Ah, das ist jetzt, glaube ich, treffen können. Also, ein Markenfall. Das stimmt, eh, die gelbe markierten Sachen, so. Warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Nein, 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 zurück. Ein bisschen draufschlagen. Was macht der jetzt? Oh shit, wie diese Säure. Warte mal, wo bleibe ich jetzt mal hier? Jetzt habe ich eigentlich den besten Schutz. Oh shit. Alles mit niemandem. Warte, der da unten ist ja nicht ganz gut. Da kann man den nicht treffen eigentlich. Oh shit. Fall der ja schlimm. Oh shit. Alter, den muss ich fallen. Oh shit. Ah, jetzt eigentlich den wieder rein. oder? Was war das jetzt da drin, oder? Ok, und was untergeschlagen. Nein, 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 nein. wir haben ihn eigentlich bald geschlagen und warte mal scannen ich muss mich verarschen man und ich muss mich hier weg von dem doch scheiße sind bei der erde da kommen wir noch was herstellen wir haben bald das ist doch mal schwierig das kann ich benutzen nein nein ey willst du mich verarschen hab ich die waffe noch? ach shit komm nirg mit ja die schwachstehen, die schwachstehen ich verpasst gar nichts ok Stufe 2 erreicht endlich erst mal hier alles mitnehmen und dann looten wir ihn oder sie keine ahnung das rechenzentrum sollte geradeaus sein weil muss ich wohl einen anderen Weg dahin suchen hier ist noch was ok nochmal so eine waffe nehme ich das hier mit dann das ganze holz natürlich hier ist auch noch was ok ok dann looten wir ihn erstmal falls es überhaupt geht oder? aber es muss doch gehen oder nicht? warte mal was? ey man konnte die doch immer looten eigentlich ach schade ok ja gut und dann würde ich erstmal sagen das war es jetzt hier mit der Folge ich hoffe es gefallen bis zum nächsten mal und tschüss und tschüss bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020